Sehr schön. Und dann geht's weiter. Wir können jetzt zum Zandberg gehen, oder ich... Also das... Ich sehe gerade, es ist auch immer so animiert, wenn ich da noch nicht war. Das heißt, das hatten wir auf jeden Fall schon mit dem Spieß. Wir können mal hier hingehen. Zum Brennofen. So ein Feuerball üben. Oh nein, Päcker. Na gut. Wow. Also, schön Vögel frittieren. Wenn er sie dann anpeilen würde. Wow. Krass. Dritterpreis. Ich bin nur noch gar nicht fertig hier. Huah. Okay. Luftbrücke. So, dann holen wir uns erstmal deinen dritten Preis. Und, ähm, dann starten wir jetzt nochmal neu. Dann probiere ich das nochmal. Was jetzt? Ich hab irgendwas abgeschlossen. Okay. Dieser eine... Scheiß Wobel. Jetzt. Äh. Äh. Kommt schon. Ich muss noch sechs töten in vier Sekunden. Ich glaub, ich hab's... Doch, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Gerade so. Es reicht erstmal. Okay. Jetzt entschuldigen wir uns hier mal. Bei dem Kleinen. Tut mir leid. Ich hab deine ganzen Verwandten gegrillt. Okay, Moment. Wir hatten jetzt... Waffen-Update erstmal. Ich hab allerdings nur noch 700. Deswegen können wir das noch nicht benutzen. Und dann hatten wir neues Andenken. Ähm, Dingens... Was war das Andenken? Von Peru? Nee, nee, nee. Kotsch. Das war ja dieses, ähm... Genau. Denkstätte. Hier... Besiegelt 20 Feinde mit einem einzigen kontinuierlichen Angriff, ohne selbst Schaden zu nehmen. Das ist die Oberbockschlüsse. So, hab ich denn jetzt genug? Müsste. Flammen verursachen bleibende Verbrennungen. Okay. Und auf ein neues, in den Zandberg. Er verbirgt sich unter den Überresten eines heiligen Bergs, der einst einer reichen Tier- und Pflanzenwelt erfreut. Ich glaube, irgendwie hab ich da einen sich vermisst in diesem Satz. Oder ich hab mich wieder ver... Ja, oben. Okay. Vergess das. Ähm... Pfff... Ähm... Ist der grün? Au. Ach, super. Kann ich auch nicht kaputt machen. Das heißt, hier jetzt überhaupt nicht, wo ich hintrete. Irgendwo bin ich reingelaufen. Äh. Wie ein Schwein. Ach nee, ein Frosch. Das hört sich ein bisschen wie ein Schwein. Okay, dich trickst du mir wieder aus, indem du hoffentlich jetzt da runterspringst. Oder mich runterwirfst. Ja, ich finde hier eine Möglichkeit. Boah, das ist fies. Das ist fies. Sieht man ja echt null. Aber ich mag echt diesen Feuerbalk. Kann ich da auch das Feuer entfachen? So, und ich konnte da da oben irgendwo hin. Ist da irgendwas? Es leuchtet das einfach alles nur in einem Wasser. Also man hat so eine kleine Chance, bevor die Pflanzen runterfallen, zu sehen, ob irgendwo was liegt. Ja, ich möchte aber trotzdem nochmal da runter. Bin noch nicht ganz fertig. Uah. Da war halt auch noch was. Dieser, dieser Holzstamm, der ist irgendwie über mir. Das ist irgendwie komisch. Jetzt komme ich nicht hoch. So, jetzt. Äh. Da oben lag. Eieieiei. Spuckvieh, lasst uns das zuerst machen. Ich sagte das zuerst. Ich habe ihm gesagt, wer soll das anvisieren nun echt. Nee. Das da bitte. Was habe ich momentan als special-dinges? Also, okay. Ach, das könnte man natürlich... Darf man das eigentlich über diesem Übungsgelände anwenden? Für die Picker? Das wäre natürlich cool. Aber das wäre ein bisschen... Äh, ja. So einfach vielleicht. Ich glaube, solche special-moves darf man da nicht machen. So, was gibt es denn hier schon? Äh, ja. Okay. Ich gehe jetzt auf X. Damit muss ich erst mal klarkommen. Was ist denn offiziell weiter? Hehehe. Es ist schon ein bisschen lustig. Das probiere ich gerne noch ein bisschen aus. Dann haben wir ein Grammophon. Für ihn denn? Ich weiß, was es ist. Ein Gerät, das mit Hilfe von gravierten Scheiben Musik erzeugt. Zelandias musikalische Tradition umfasst Volkslieder mit schmissigen Melodien. Oh, was gemeine Waffen ich jetzt habe. Nicht Palzi noch. Können sie da austauschen oder so richtig? Oh, ah, äh. Okay, man kann es auch irgendwie halten, aber... Ist gar nicht so einfach, wenn man das so ein bisschen drehen will. Hm. Ey. Lass mich aus. Gemütliche Sache. Komm ich da runter? Äh. Ah. Kann ich da eigentlich... Uah. Ja, das so zu drehen, das geht total schnell irgendwie mit dem... ...m Pad. Das ist dann schwierig, wenn er nichts zum Anvisieren hat. Ich wollte nämlich irgendwie eigentlich da unten die, ähm... ...Kissenkippen machen. Ja, ach ja. Ich kann es gerade nicht verhindern, dass ich das Zeug abkriege. Ich kann es gerade nicht verhindern, dass ich das Zeug abkriege. Na. Okay. Das gefällt mir. Jetzt kann ich das auch. Ui. Da ist er. Die Dinger. Au. Da, da, da. Luftangriff. Luftangriff. Hilfe. Kann ich mich da irgendwie gegen schützen? Nur wegrennen, glaube ich. Krass ist das denn. Ähm. Okay. Ich hab gar nicht mitgekriegt, wie ich das, äh, rechts, das Vieh kaputt gemacht hab. Ah. Weg da. Nein. Rollen, rollen. Okay, okay. Blume, explodieren. Ich mach jetzt hier, ne? Alles weg. Müssen aufräumen. Hey. Ups. Schmeißt mir so ein Ast in den Weg. Was soll das denn? Komm ich da? Nee. Da geht's nicht weiter. We'll all be better off, once the Bastion is complete. Sagt er. Da steht das Grabofon. Okay, ein bisschen quatschen erst mal. Können wir den hier spielen lassen? Es werden sich wohl kaum irgendwelche Nachbarn beschweren. Ich glaube, es ist wahr, eine kleine Song kann Dinge in Perspektive setzen. Dann, was sagst du dazu? Weißt du, wie der funktioniert? Ich dachte mir, er würde dir gefallen. Ich dachte, das Ding hat mich jetzt wieder in irgendeinen Zustand ersetzt. Ähm, lasst uns vorher mal zum Waffenlager gehen. Den Mörser, ja, hat der eigentlich auch so ein Spezial-Dings. Noch nicht. Aber ich glaube, ich nehme wieder das Schild. Und dann... Okay, ja, lasst uns mal das Grabofon anmachen. Ich glaube, es ist schon an, dadurch, dass jetzt die Hintergrundmusik läuft. Und die... den Splitter. Das heißt, danach müssten wir, glaube ich, nur noch einen Splitter brauchen, um dann wieder das... Dann haben wir alles abgefraudet. So. Das heißt, wir können jetzt halt hier noch so mehr Missionen machen. Ich sammle genug Erfahrungen vor Stufe 5 zu erreichen. Überlebe einen Abstecher nach, wer weiß wo, mit mindestens einem aktiven Schreingötzen. Erreiche... Errichte jetzt Bauwerk. Okay, das müssten wir eigentlich hinkriegen. Muss man... Also, man kann natürlich das Spiel auch so spielen, dass man das so 100% macht. Alles upgradet. Also, alles upgradet sowieso, aber halt diese ganzen Missionen dann versucht zu machen oder so. Finde ich, muss aber nicht sein. Nicht unbedingt. Sonst nicht auch beim Ersten durchspielen. Und... Ähm... Wir gehen wieder zum Skyway, wie es aussieht. Just a couple shots left. The quarry's gotta have one, right? Das heißt, wir können zum... Zu ne... Bürsteingruge? Äh. Eins gab es viele solche Schätze in dieser Quelle von Celondias Wohlstand. Das hört sich schön an. Oder wir können zum Übungsgelände. Und ich würde sagen, das mache ich zuerst.